Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagestaro am 15. November 2017 Der Gehengte Es steht alles auf dem Kopf. Es entsteht sogar vielleicht ein Chaos und das sollten wir aufräumen. Es kann auch bedeuten, dass Einflüsse von außen kommen und es läuft nicht wie gewohnt. Wir verlieren dann die gleiche Gewicht, die Orientierung oder wir betrachten etwas mit anderen Augen. Kann auch bedeuten, dass wir die Kehrseite anschauen sollen an einer bestimmten Situation oder etwas vergleichen, die beiden Seiten der Münze betrachten. Auf jeden Fall ist etwas da, was nicht wie gewohnt ist. Das kann natürlich auch plötzliche Ereignisse sein. Diese Taro Energie beeinflusst unserem Leben, aber wie ich das beschreibe, es ist allgemein. Aber in welcher Energie befinden Sie sich gerade und wie geht es weiter? Das kann man natürlich erkennen. Astrologisch oder die Symbolik, die Karten zeigen auch die Energiefeld, auch wie das weitergeht und hilft auch bei Entscheidungen. Und ich empfehle Ihnen die Blitzberatungen. Wie funktioniert das? Per E-Mail. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at.denderasusannamedici.com Sie beschreiben Ihre Situation und stellen Ihre Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails natürlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.